ho 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 folge 17 mittlerweile dürfte jeder seine weihartsgeschenke beisammen haben ich kann jetzt einfach mal so rein weil dann fühle ich das irgendwie anders ich meine was so ja so ich habe ich habe mein ziel erreicht jetzt hat mein klurak gezogen einen glückscode für euch dann haben wir ein pikachu und was haben wir auf dem retrosloch ein kyokre dann bis morgen tschüss